Jo Freunde, es gibt ab sofort Items von Among Us, einfach in Fortnite, offiziell das ganze Kooperation Fortnite und Among Us und was sind das für Items, die zeige ich euch und wie ihr die bekommt, zeige ich euch natürlich auch. Das erste habt ihr gerade schon gesehen, das ist nämlich ein Tanz und der nennt sich hier Ablenkungstanz. Der geht so, normal ist da auch ein Sound bei, aber den habe ich gerade nicht, das ist aktuell noch verbuggt, aber das wäre auf jeden Fall der Tanz, ist noch ein bisschen lustiger Sound noch mit bei und das wäre die erste Sache. Die zweite Sache habe ich auch, die zeige ich euch mal im Spind, dafür mache ich mal kurz die Chem weg, ihr seht es hier schon, Besetzungsmitglied, einfach hier so ein Among Us Skin oder wie man die nennt und den jetzt als Rucksack und zwar hier auch in ganz vielen verschiedenen Stilen, also Rot, Blau, Grün, Pink und so weiter, ihr könnt den hier in allen möglichen Stilen einfach ausrüsten, was ich sehr nice finde und das ist auch nicht alles, weil wenn ihr den aufhabt im Gameplay, ich zeige euch das mal kurz, dann wackelt der einfach so rum, passt auf, der läuft einfach, als wie der in Among Us, als wenn er einfach rumlaufen würde, finde ich richtig, richtig nice gemacht und das einfach, wenn ihr lauft, wenn ihr steht, hängt der einfach, wenn ihr lauft, läuft der auch, finde ich sehr gut gemacht und das kurz hier zum Gameplay, dass ihr auch wisst, wie das dann halt im Spiel aussieht. Finde ich persönlich sehr, sehr gelungen das Ganze und jetzt noch vielleicht zur Frage, ja, wie bekommt man das Ganze denn jetzt hier überhaupt, ihr könnt es ab sofort euch freischalten, habt ihr gesehen, habe ich auch und wie macht ihr das, im Bestfall einfach geht ihr in den Epic Games Store hier zu Among Us, das Ganze könnt ihr euch nämlich kaufen im Store, kostet 3,99, ich habe es mir gerade gekauft und dadurch, dass ihr euch das dann kauft, kriegt ihr das automatisch in Fortnite einfach gut geschrieben aufs Konto und wichtig nur, dass ihr euch hier seht, iPlayTobi steht hier oben, dass ihr euch mit dem Konto anmeldet, wie ihr auch halt über Fortnite eingeloggt seid, also gleiches Konto nutzen, wie ihr Fortnite zockt, dann bekommt ihr einfach direkt hier, die Sachen einfach übertragen in Fortnite und habt die direkt. Falls ihr das Spiel schon habt, kann es sein, dass ihr die schon direkt bekommen habt, es kann aber auch sein, dass ihr die nicht bekommt, für den Fall klappt das Ganze natürlich auch hier für Add-ons, also so wie ich gelesen habe, einfach wenn man sich ein Add-on hier kauft, dann bekommt man auch direkt einfach diese Items von Among Us, auch direkt in Fortnite, ansonsten probiert es mal gerne aus, falls ihr Among Us habt, ob ihr schon die Items einfach automatisch bekommen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil das konnte ich nicht testen, ich hatte das Spiel dann noch nicht auf PC und ja, das dazu, so bekommt ihr das, kommt dann direkt hier einfach, ins Spiel rein und das kurz zu dieser Info. Ihr könnt übrigens auch sehr, sehr gerne meinen Creator-Code im Epic-Game-Store eintragen, wissen viele gar nicht, wenn man da was kauft, kann man auch Creator-Code einfach, so Creator-Tag oder so heißt das da, kann man eingeben. iPlayTobi würde mich freuen, wenn ihr das da auch machen würdet und ansonsten war es das mit dieser kleinen, kurzen Info hier mit diesen neuen Among Us Sachen. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu rein, ich finde es sehr, sehr nice und das war es auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen und bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.